So was habe ich noch nie gesehen. Wer bin ich? Sie ist die letzte ihrer Art. Dann bin ich 300 Jahre alt. Mein Schatz, das bist du. Du bist die am weitesten entwickelte Waffe, die jemals erschaffen wurde. Ich will, dass du diese Alita zerstörst. Du hast den größten Fehler deines gesamten Lebens gemacht. Und der wäre? Du hast unterschätzt, wer ich bin. Alita Battle Angel. Nur im Kino.